mars kern wie der mars neben den snickers der vergleichende boss heute wieder überall diese kartoffelsäcke halt dann mit einem weltall voll die abgehobenen aber warum die alle so schiss von mir nicht so krass der piste ich gerade richtig ein die arme seele digger der dredge blabiert was ein jungen ja mal so schiss die waffe von dem brudi abgenommen der kam abzuziehen jetzt geht's rund kommen man keine zeit für diese fakies egal diese ganzen trash jetzt und es ist ein pinkie bitte nicht ich hab keinen bock auf pinkies das ist ein pinkie das ist ein fucking pinkie man oder fuck du gammel auge mann come on mate come on mate scheiß pinkie alter was sein es ist einfach ein g der typ das ist einfach ein g oh no was ist das digger sort out online was soll diese oh du weep ich brauche money fuck das kirito auf max level god damn digga diese gehirne die haben aber dieses next level leben nein come on man pisse ich aus meinem leben alter digga diese robocops god damn bitte fuck wie kann man so viel damage machen ich meine sind wir mal ehrlich alter god damn god damn was ist das alter for real wie kann man so abfacken man du du nichts wer auf mich am schießen ist digga was ich sagen wollte sind wir mal for real was diese ganzen gambler lol vor allem wie ein lolly aufgespießt kannst du dir nicht ausdenken punk oh shit ne das ist der boss von grad eben oder von zwei folgen oha find ich jetzt grad ein bisschen abgehoben bruder man du mock shit wie kann man nicht so wie kann man nicht down gehen boah der hat gerade auf mich geschossen wenn der mich gekillt hätte ich hätte so auseinander genommen shit egal nicht schlimm wir haben sein leben beendet ich hatte ein extra leben hab ich voll vergessen man wie kann der so schwach sein ich bin doch an diesen ekelhaften nachladen mit nachladen meine ich waffen wechseln gewöhnt jetzt hab ich schon wieder vergessen dass ich auf diesen knopf die waffen auf freshmans modus wechseln kann ist gut stimme ich habe verstanden dass bfg 10.000 abgefeuert wird verpiss dich achst du mich abzufacken alter digga was ich habe ich vorhin sagen wollte weil diese diese ganzen vier augen hier mich alle abgefuckt haben es ist eigentlich scheißegal was sie in den weg setzen weil es gibt nichts gutes für die so wisst ihr was ich meine die kriegen diese miese breitseite so oder so digga wie alle angst haben von uns digga bläst jetzt wirklich ein loch in dem erdkern rein wenn der maßkern entschuldigung maßunterbrecher und wie sie sicherheit schwer zu kriegen wir sind jetzt von der rolle der akkriere und die 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 Digga, hat der gerade die Kanone mitgenommen? Womit der gerade den halben Mars weggepustet hat? God damn, my man! Ready? Go! Damn! Nein. I need ammo. I need your love. I need your time. When everything's... Oh, shit. Come on, man! Was für ein Müll hängen! Ich verpisst euch. Ach so. Jetzt ist die Welt... Boah, ich will diesen Bruder hier benutzen. Meint ihr, wir snacken alles weg hier? God damn, my man! Ist das Ding wild. Ah, ich sterbe. Ich sterbe, ich sterbe. Ich muss töten. Fuck, 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 fuck. Misfit? Das ist einfach zu hart. Wie kann man so eine Fake-Glatzen-Umhang sein? Oh nein, Alter. Irgendjemand fuckt mich gerade übelst ab hier. Piss dich, Alter. Scheiß Kugel. Dreckige, kleine Fußball-Cosplay, Digga. Wirklich. Und du mit deinem Kirito-Cosplay. Fuck mich nicht ab. Spuck Muni für den Boss aus. Alone. Pff. Hehehe. Digga. Digga, was ist das? Digga, möchte der Typ sich mit einer Scheiß-Kanone auf den Master-Bumsen schießen lassen? Der gehört auf jeden Fall zu den nächsten OGs, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Ionen-Katapult ist ausschließlich für Kaliber 85 Munition der UAC gedacht. Digga, was ist ein G? Das macht er tatsächlich. In drei, zwei, eins. God damn! Was ein Monster, Alter. Digga, ich bin richtig... Ich bin richtig ein gemachter Mann wie Adam gerade, ehrlich. Also, dass der wie ein G sich hat in diese Station schießen lassen. Respekt geht raus, Digga. Kurs auch. Stupid. Stupid. Was für Dummköpfe, Alter. Die gehört... Stell mal vor, dein Bruder wird so gekillt, Junge. Du bist daneben, dein Bruder kriegt Frist einfach so ein Ding und du Dummkopf schluckst auch noch so ein Teil hinterher. Richtiger Random. Shit. Guckt hin, lernt. Oh shit, der ist nicht tot. God damn, god damn, ich bin am Arsch. Wieso? Jetzt bin ich ein wenig erstaunt. God damn, ich krieg mein Level ab nicht, weil ich ein Dummkopf bin. Kann ich... Wie kann man so scheiße sein, Alter? Jetzt habe ich diesen geilen... Diesen einfachsten Sprung, den ich mein Leben niemals gesehen habe, verkackt. Digga, ist so ein einfacher Sprung und ich... Esels Gesicht verkackt den auch noch. Ja, besser ist es. God damn. Come on, man. Digga, wie viel hält der Pisser aus? Ich häng fest, nein. Oh, zum Glück ist hier so eine ganze Meute voller Dreck. Mann. War das Präsidentenschutz? Ist das euer Ernst? Ja, boys. Wichtige... Was waren das überhaupt gerade für Ballerina-Moves? Habt ihr das gesehen? Shit. You miskins. Naja, Alter, dass du deinen Platz nicht kennst. Ist das Schlimmste, was ich heute gesehen habe. Mann, verpiss dich. Ich wollte schon am Leben lassen, weil ich ein netter Mensch bin. Verpiss dich, Alter. Ja. Hierher, boi. Ich das Ding liebe, Alter. Von dem Gönnen wir gerade richtig, die Mikrowelle. Schmeckt. Oh, nee, Alter, das ist so asozial. Fuck, Alter, wie soll ich den killen, ne? Digga, hab ich den ge... One Punch Man. Nein! Du kleiner... Keck! Ich bin einfach zu hart, Alter. Ihr seid einfach kleine Keckus. Und wisst nicht, was ihr euch antut. In dem... Ihr kleinen Leleks, Alter. For real. Verpiss dich, Kollege. Kein gefälligster deinem Platz. What you know about rolling down in the deep, when your brain goes numb, you can call that mental freeze. Digga. Digga. Was bist du für ein... Nichts. Digga, Alter, das macht so viel Damage. Die Waffe ist so geisteskrank. Digga. Das ist safe hierfür gedacht, Digga. Köstlich. Die Waffe ist so lächerlich. Digga. 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 Digga.